Hey Leute, es ist gerade das neue Update 37 gekommen und ich dachte mir, dass ich hier für euch ein kleines Video mache, in dem ich kurz die Highlights hervorhebe. Ich werde da jetzt nicht so genau drauf eingehen, weil zu den meisten Sachen werde ich eigene Videos machen, wie zum Beispiel zu den Frame-Reworks. Aber auf das Companion-Rework bzw. Teil 2 möchte ich gleich doch etwas genauer eingehen. Ich will mich schon mal entschuldigen, falls ich ein bisschen komisch klinge, bin ziemlich erkältet. Und ja, legen wir jetzt einfach mal los. Ihr habt es ja direkt vermutlich schon gesehen, ich hatte einen neuen Frame ausgerüstet, das war Kumei. Und ich muss sagen, der Frame scheint ganz interessant zu sein. Ich weiß noch nicht so genau, was ich mit ihm anfangen soll bzw. mit ihr, aber ich denke, man kann mit ihr ordentlich Spaß haben. Aber dazu kommt auch noch ein eigenes Erste-Eindruck-Video. Kaliban bekommt ihr gratis, wenn ihr euch jetzt bis zum 16. Oktober einloggt. Ist eigentlich der Frame, der am schwersten zu farmen ist, bzw. am unangenehmsten zu farmen, sogar unangenehmer als Equinox. Und ich kann euch nur empfehlen, dass ihr euch das Ganze abholt. Der Grund dafür ist, dass Kaliban einen Rework bekommen hat. Und auch dieses Rework ist sehr interessant und hat sein Kit, sagen wir doch mal, ordentlich verändert. Gleichzeitig bekommt ihr auch noch ein paar Forma geschenkt, ist auch immer schön. Und hier könnt ihr direkt schon eine Übersicht sehen, was alles in dem Update neu ist. Wir haben zwei neue Waffen bekommen, eine Primärwaffe und eine Nahkampfwaffe. Und dazu kommt jetzt auch noch ein neuer Game-Modus, der aber für, naja, sagen wir das Early-Game eher mal ausgelegt ist. Und da könnt ihr euch den neuen Frame und auch die Waffen, soweit ich weiß, farmen. Das Ganze könnt ihr spielen, wenn ihr die Zayas Wacht-Quest gemacht habt und die Once Awakened-Quest. Und, ja, danach könnt ihr das mal ausprobieren. Hier sieht man jetzt die ganzen Rewards und so. Wir haben neue Inkanon-Waffen, bin ich sehr gespannt drauf. Dera, Sybaris, Zestras, Sikarus und Okina. Und ich muss sagen, gerade auf die Sybaris, wie auch auf die Dera, bin ich sehr, sehr gespannt. Zwei Waffen, die ich eigentlich ziemlich cool finde. Zestras, hm, bin ich ein bisschen untergerissen. Ihr wisst, wie gut diese Waffe mit Munitionseffizienz ist. Aber schauen wir uns einfach mal an, wenn es soweit ist. Wir haben ein paar neue Warframe-Augments. Hildrin, Voruna, Crandall und Jaya, Gür, whatever. Und ich muss sagen, das Crandall-Augment klingt für mich ganz witzig. Die anderen weiß ich jetzt nicht so ganz, ob man die braucht. Aber da werde ich auch zeitnah neue Videos dazu machen. Zumindest zu Voruna und zu Crandall und Jaya. Abitration hat ein paar neue Missionen bekommen. Das heißt Cascade, Armageddon, Flood, Alchemie, Mirror Defense und Conjunction Survival ist jetzt drin. Und dazu kommt, und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, drei neue galvanisierte Mods. Jetzt muss man überlegen, taugen diese neuen galvanisierten Mods was? Und ich bin ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen und ich würde eigentlich sagen, dass einer von diesen Mods öfters mal benutzt wird, einer hin und wieder interessant sein kann und für mich persönlich ist der dritte Mod komplett raus. Aber gehen wir es jetzt einfach mal durch. Ich fange unten an. Galvanized Elementalist, 80% Status Damage. Und Melee Kill, 30% Status Chance für 20 Sekunden viermal stapelbar. 120% mehr Status Chance, wenn wir ein paar Kills gemacht haben. Okay, gar nicht mal so uncool. Vergleichen wir das mal mit der Grundvariante. Ich habe jetzt gerade mal die Hate hier, weil da habe ich den drin. 90% Status Schaden, also wären dann schon mal 10% weniger Status Schaden. Und hier hätten wir noch 60% schnellere Vorbereitung zum schweren Angriff. Die Hate, wie zum Beispiel auch die Harmony, sind Heavy Attack Waffen, was bedeutet, diese schnellere Vorbereitung zum schweren Angriff ist sehr, sehr schön. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine andere Waffe hätten, die viel Status Damage macht, aber keine Heavy Attack, da kann ich mir vorstellen, dass dann der galvanisierte Mod sehr, sehr spannend sein kann. Weil die Mehr-Status-Chance, ich denke, das könnte ordentlich ins Gewicht fallen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel die Dual I-Core mit einem Kanon-Modus, dass es hier Sinn machen könnte, weil wir benutzen eigentlich nur die Heavy Attack, um unseren Kanon-Modus zu triggern. Und wenn wir dann mehr Status-Chance hätten, wäre das natürlich eine richtig geile Sache. Also von daher, ich kann mir gut vorstellen, dass der Mod in der einen oder anderen Waffe wirklich sehr, sehr spannend ist. Der nächste Mod, Galvanized Reflex, da muss ich sagen, das ist so etwas, was für mich keinerlei Relevanz hat, weil wenn ich mit Heavy Attacks arbeite, arbeite ich mit Tenno Kai oder mit Builds, die überhaupt keinen Combo-Counter brauchen. Wie zum Beispiel bei der Harmony, nur als Beispiel. Also von daher ist der Mod jetzt für mich uninteressant, aber 50% Heavy Attack Efficiency ist ganz nett. Es gibt ja doch ein paar Builds, die mit dem Effizienz-Cap arbeiten. Ich glaube, das war bei 75%. Und bei einem Medi-Kill haben wir ja plus 20 Start-Combo-Counter für 20 Sekunden, stack bis zu viermal hoch. Also 80 mehr Basis-Combo. Ja, ist, sagen wir mal, interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass das für Waffen wie zum Beispiel der Keramik-Dagger ganz interessant sein könnte mit dem In-Kanon-Modus. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht. Galvanized Steel, 110% Crit-Chance, okay. Zweimal für Heavy Attack, wie immer. Und bei Medi-Kill 30% Crit-Damage für 20 Sekunden, viermal stapelbar. Denken wir mal kurz darüber nach. Also, wir haben 110% Crit-Chance. Wir haben aber auch schon Blutrausch, was uns 440% mehr Crit-Chance gibt. Und wir haben Opfernder Stahl, was uns 220% mehr Crit-Chance gibt. Also, hm, das ist jetzt noch nicht so ganz überzeugend. Aber selbst Opfernder Stahl verwenden wir nur sehr selten. Eigentlich nur, wenn wir mal wirklich Mod-Plätze überhaben, was selten vorkommt. Und Blutrausch ist einfach absolut dominierend. Was aber bei der ein oder anderen Waffe vorkommt, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe gerade eben versucht, eine Waffe zu finden, bei der ich es zeigen könnte, habe ich jetzt auf die Stelle nicht. Es gibt ja auch noch den Mod Gladiator Macht. Und den hat man in der ein oder anderen Waffe drin. Plus 60% Crit-Schaden und 10% Crit-Chance stapelt sich mit dem Combo-Counter. Das bedeutet, wenn wir jetzt den galvanisierten Mod drin hätten, hätten wir immer noch ein bisschen weniger Crit-Chance als mit Gladiator Macht durch den Set-Bonus. Aber dafür hätten wir einen Crit-Damage-Bonus, der doppelt so hoch ist. Und ich meine mich zu erinnern, dass ich es vielleicht in der Fragger Prime drin hatte mit einem Heavy-Attack-Bild. Nein, selbst da habe ich es nicht drin. Also, ja, es ist ein Mod, den man selten benutzt, aber wenn man ihn drin hat, kann man ihn jetzt durch den neuen galvanisierten Mod ersetzen. Weiter geht's. Erstmal uninteressantes Zeug, ein paar neue Tenogen-Skins, also für echtes Geld. Neue In-Game-Kosmetics und so, die man sich für Platin kaufen kann. Sind ein paar spannende Sachen dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der neue Kalibarn-Skin, der ist wirklich sehr, sehr schön. Also, ich kann es euch gerade mal zeigen. Ich habe das alles von DE bekommen, wollte ich nur gerade an der Stelle noch angemerkt haben. Kalibarn, hatte ich gesagt. Das wäre dann dieser Skin hier. Ja, beziehungsweise, ähm, das hier wäre mit Standardfarben. Ja, also finde ich ganz cool. Die Sichel hier finde ich jetzt ein bisschen störend, aber alles in allem ein doch sehr schöner Skin. Und ich meine, er kam auch noch mit einem Sensen-Skin. Ähm, wo haben wir es? Genau, das ist das hier. Das ist auch eine Sense, die sich dann aufklappen kann. Also, eine nette Sache, aber wir haben den Hate-Skin, der für alle Sensen ist. Wir haben den Thanatos-Skin, also von daher, naja, wenn man drauf steht, also der Sensen-Skin. Ansonsten, Kalibarn hat auch noch ein komplettes Rework bekommen. Mache ich ein extra Video dazu. Und dazu sind jetzt auch noch neue Nova, beziehungsweise neue Volt-Skins dabei. Da muss ich jetzt aber auch sagen, ich persönlich werde keinen von beiden verwenden. Weil zum Beispiel bei Nova kann man aus dem Deluxe auch schon was Schönes machen. Und bei Volt kann man auch aus einem, ähm, wie heißt's, ähm, Void-Shell plus Tenogen, beziehungsweise Void-Shell plus Deluxe-Helm auch schon was Schönes machen. Aber, wie gesagt, die Skins, die neuen, sehen schon schön aus. Und gerade der neue Void-Helm, den finde ich schon ziemlich cool gelungen. Aber ist natürlich alles Geschmackssache. Dann hätten wir, ähm, was hätten wir noch? Cosmetics in Markt-Items. Naborus ist wieder da. Das bedeutet, ihr könnt auf Deimos bei der Tochter für Mutter-Token euch Sachen kaufen. Ich muss sagen, dieses Jahr ist keine so große Empfehlung von mir dabei. Ich würde euch empfehlen, holt euch einfach alles. Keine Ahnung. Es gibt im Markt ein paar neue, äh, Day of the Dead-Sachen zu kaufen. Kalibarn-Rework habe ich schon mehrfach erwähnt. Sieht jetzt auch optisch sehr, sehr cool aus. Und wir können verschiedene Drohnen beschwören. Nova-Rework. Oh, da bin ich so hype drauf, das zu testen. Nova ist ja einer der Frames, den ich sehr, sehr viel verwende. Und, ja, jetzt hat sie wirklich nur ein kleines Rework bekommt, das viel ausmacht. Hier gehe ich jetzt ein bisschen drauf ein, weil ich doch das Ganze sehr spannend finde. Also zum einen Gegner, die geslowed sind, haben jetzt eine 15% Chance, Lebenskugeln zu droppen. Äh, und die gespeedet sind, eine 15% Chance, Energiekugeln zu droppen. Das bedeutet, das mit Gleichgewicht oder mit einer violetten Scherbe, super geil. Äh, Nullstar finde ich jetzt relativ uninteressant, die Changes. Gehe ich aber in dem eigenen Video drauf ein. Worauf es ankommt, Molecular Prime, also die Ulti. Das Ganze bekommt jetzt eine Tap-Hold-Funktion. Das bedeutet, wenn wir es antippen, machen wir zum Beispiel den Speed Buff. Äh, machen wir den Slow. Wenn wir es gedrückt halten, machen wir den Speed Buff. Beides skaliert positiv mit Stärke. Das bedeutet, wir können jetzt ein Stärke-Build machen und uns je nach Situation entscheiden, ob wir die Gegner slown oder speeden wollen. Und überlegt mal, es gibt solche Nuke-Builds, die eigentlich davon profitieren, wenn wir, ähm, viel Stärke drin haben, weil dadurch unser Damage exponentiell ansteigt. Zum Beispiel durch, wenn wir Xardas Whisper von Xaggo mit drin haben, wird der Damage dreifach angerechnet. Das bedeutet, da bekommen wir wirklich verdammt gute Multiplikatoren und können dann sogar mit Schusswaffen, wie zum Beispiel der Sobek und dem Augment, dann Gegner töten. Im High-Level-Steel-Path. Also das ist sehr, sehr interessant. Ansonsten haben wir natürlich immer noch die, ähm, Charakter-Dark-Decker-Spielweise. Hab ich ja im letzten Video schon gezeigt, aber das ist jetzt viel, viel besser geworden. Und ich hab vielleicht doch was Falsches gesagt. Und ich hab gesagt, der erste Rework ist jetzt nicht so interessant von 0 Star, aber die Basis-Partikel-Anzahl wurde von 6 auf 12 erhöht. Das bedeutet, wir brauchen deutlich weniger Dauer, um auf unsere 18 Partikel zu kommen, um die 90% Damage Reduction zu erreichen. Aber natürlich hat DE das dann auch nochmal als Helmet-Fähigkeit genervt. Nur 75% für andere Frames, die die Fähigkeit benutzen und deshalb unbrauchbar. Aber auf Nova ist das jetzt doch ein netter Change. Zumindest, wenn wir ein EHP-Bild machen. Also, auch eine Sache, die man jetzt in Erwägung wieder ziehen könnte. Hildrin-Change finde ich uninteressant. Wukong-Change auch uninteressant. Und jetzt kommen wir zu dem ganz großen Teil. Companion-Rework Phase 2. So. Wo fange ich da am besten an? Zum einen, es wurde die ganze Zeit unter meinem alten Hound-Video geschrieben, äh, der Hound ist viel zu stark, der wird bei Phase 2 genervt werden. Nein. Die Hounds sind genauso stark wie vorher. An der einen oder anderen Stelle kam vielleicht sogar noch ein Buff dazu. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Aber an sich wurden Hounds nicht genervt. Die nächste große Sache. Wurde der Smeta genervt? Hm. Das ist eine schwierige Frage. Prinzipiell würde ich sagen, nein. Denn der Smeta-Buff für mehr Ressourcen oder mehr Credits wurde vom Smeta gelöst und ist jetzt ein eigener Mod. Was bedeutet, wir können diesen Buff auf jedem von unseren Beast-Companions verwenden. Und das ist wiederum eine sehr, sehr coole Sache. Die prozentuelle Rate wurde sogar noch ein bisschen angehoben. Was bedeutet, im Endeffekt wurden wirklich alle Beasts damit sinnvoll. Und fangen wir jetzt einfach mal vorne an. Nummer 1. Beast-Companions, also Cupros, Cavets, ähm, Helmencharger, die haben jetzt alle eigene Waffen bekommen. Können wir uns gerade anschauen. Äh, Panzerwulperfühler, das ist ja auch ein Biest, hat jetzt die Panzer-Clown. Und hier können wir jetzt alle Nahkampf-Mods von unseren Begleitern reinmachen. Plus, wir haben auch noch neue bekommen. Und das ist super, super, super spannend. Aus so einem ganz einfach, aus zwei Gründen. Zum einen, bis, was uns mehr Crit-Chance gibt, ist jetzt ein Waffen-Mod. Was bedeutet, wir haben einen Mod-Platz mehr in unseren Begleitern frei. Und, wir haben das ja vorher immer reingemacht, ich glaube auf Stufe 5 oder 6, damit wir zähe Bindung triggern und einen höheren Crit-Multiplikator auf unsere eigenen Waffen bekommen. Das wird jetzt outgesourcet auf die Clown und dadurch, wie gesagt, haben wir mehr Mod-Plätze frei in unseren Begleitern. Das ist ziemlich cool. Die andere Sache ist, und orientiert euch nicht hier dran, ich habe nur mal ausprobiert, was überhaupt so reinpasst. Ähm, wir könnten unsere Begleiter jetzt auch mal so modden, dass die wirklich effektiv Schaden drücken. Da muss ich selbst auch noch sehr viel rumspielen, aber es ist schon mal sehr interessant. Und jetzt kommt noch eine Sache dazu. Wir können jetzt auch mit Schockhalsband oder elektrische Clouden spielen, was uns leider nur Elektro-Schaden gibt, aber Elektro-Damage zählt als, ähm, Trigger für Archon-Ausdehnung, wenn es über eine Fähigkeit getriggert wird. Das bedeutet, ja, wir können damit jetzt relativ easy unsere Archon-Ausdehnung halt auch mit den ganzen Begleitern triggern, ohne dass wir das die ganze Zeit in unseren Begleiter als Hauptmod reinmachen müssen. Das ist eine spannende Sache, aber macht halt auch nur Sinn, wenn der Begleiter Fähigkeiten hat, die Schaden drücken. Also von daher, ja, kann ich euch nur empfehlen, mal auszuprobieren. Interessant ist, dass die ganzen Waffen keine Mastery-Punkte geben. Ähm, wir haben neue Stances bekommen und diese neuen Stances verändern auch, wie sich unser Begleiter verhält. Schauen wir uns das doch kurz mal an auch. Ausgewogen. Der Begleiter agiert frei nach eigenem Ermessen, bringt Feinde im Umkreis von zwei Metern beim Bewegen zum Taumeln. Okay. Beschützend. Der Begleiter wird vorrangig Feinde angreifen, die sich innerhalb von 15 Meter um den Warframe befinden. Äh, mörderisch. Der Begleiter wird Eximus und andere hochrangige Feinde vorrangig angreifen. Der Begleiter wechselt nach jedem Angriff lieber sein Ziel. Der Begleiter sucht sich ein Ziel aus und greift es dann unerbittlich an. Ah, der Begleiter wird Angriffe vermeiden. Jetzt kommt's. Plus 50% ausweichen. Könnte spannend sein, wenn man super hoch spielt, wo die Begleiter wieder kein Damage drücken, weil das bedeutet, naja, der überlebt länger. Also auch sehr, sehr cool. Ihr könnt euch jetzt durchlesen, wie die ganzen Begleiter-Klauen angepasst wurden. Also da brauche ich jetzt nicht ins Detail zu gehen, aber ihr seht's wirklich, dass die doch stark unterschiedlich sind. Also von der Crit-Chance, vom Crit-Multiplikator etwas, vom Basisschaden als kleines Beispiel. Der Sonica Q-Pro 550 Schaden, 7,5 Status, 7,5 Crit, wohingegen zum Beispiel der Huras 350 nur an Schaden drückt, dafür aber 20% Crit-Chance mit einem 3,5-fachen Multiplikator hat. Also die sind dann doch nicht ganz identisch und das finde ich eigentlich auch ganz schön. Könnt ihr euch hier selbst mal durchlesen, aber ja. Hounds hatten ja schon ihre eigene Waffe, aber da wurde der Base-Damage von 152 auf 300 angehoben. Ist das interessant? Ich würde sagen am Rande ja. Die machen ja ein bisschen Schaden, also von daher nehmen wir doch gerne mit. Was auch cool ist, ist, dass die Companions jetzt nicht mehr die ganze Zeit hinter uns sind, sondern sich mehr vor uns bewegen, beziehungsweise wie die hier geschrieben haben, uns ein bisschen den Weg weisen, also zumindest vom Gefühl her und auch das ist eine sehr schöne Sache. Dann, das werde ich jetzt nicht alles durchlesen, beziehungsweise euch nicht alles vorlesen, die ganzen Fähigkeiten der Begleiter wurden überarbeitet und das Wichtigste habe ich ja schon erwähnt, der Smeter Ressourcen Buff wurde outgesourced. Das bedeutet, ich zeige es euch einfach, dass wir jetzt neue Mods haben, das sind nämlich auch die Apportieren Mods und zum einen haben wir dann reiches Apportieren plus 18% Chance, doppelt Credits aufzuheben, wir haben einfallsreiches Apportieren, 18% Chance, doppelt Ressourcen aufzuheben, da habe ich 13% Chance, doppelt Credits und doppelt Ressourcen aufzuheben. Und wenn ich das hier richtig rausgelesen habe aus den Patch Notes, dann entspricht die 13% dem Durchschnitt, den wir eh schon hatten. Das bedeutet, wenn wir einen von den 18% Mods reinmachen, haben wir eine höhere Chance, doppelt Ressourcen oder Credits zu bekommen als vorher. Und das finde ich persönlich eine sehr coole Sache, plus wir sind jetzt nicht mehr auf den Smetar festgelegt. Und ich denke, das wird sich auch schon sehr stark bemerkbar machen. Natürlich ist jetzt die Frage, welcher Begleiter der beste jetzt sein wird. Ich denke, es ist immer noch der Hound, aber bei den anderen Biestbegleitern hat man jetzt eine sehr schöne Auswahl, aber auch da bin ich der Meinung, dass vermutlich der Panzer Wulperfühler oder auch einer von den Unsichtbarkeits Begleitern der beste sein wird. Da muss man auch sagen, die ganzen Unsichtbarkeitsbegleiter wurden ein bisschen gebufft, dass man jetzt nicht mehr direkt sichtbar wird, wenn kein Gegner in der Nähe ist. Also da sind wirklich sehr, sehr nette Changes dabei. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, lest euch hier mal die ganzen Changes durch, weil es wurde wirklich jeder Begleiter so angepasst und vielleicht ist jetzt das eine andere für euch dabei, was ihr wirklich nicht mehr auf dem Schirm hattet. unsere alten Begleiter wie Diriger, wie Nautilus, die wurden jetzt nicht überarbeitet, aber das hier finde ich wirklich schon einen sehr, sehr guten Change. So, wir haben ein paar neue Mods bekommen für Companions, die sind auch ziemlich, ziemlich gut, ich habe sie schon erwähnt, die ganzen Haltungen und wir haben jetzt Conversion Mods und auch die zeige ich euch am besten einfach, weil ansonsten vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen. Als erstes zum Beispiel elektrische Klauen haben wir für jedes Elementar, zumindest für jedes Basis Elementar und bewirkt, dass wir zum einen Bonus zum Beispiel jetzt Elektro bekommen und gleichzeitig plus 330% Status Chance und wandelt allen Elementarschaden dieser Klauen zu Elektroschaden. Das bedeutet, wir könnten jetzt zum Beispiel auch eisige Klauen reinmodden. Nein, könnten wir nicht. Wir könnten Flammendrüse reinmodden und ihr seht wir bekommen kein Hitzeschaden dazu, sondern unser Elektroschaden ist weiter angestiegen. Wirklich jedes Elementar, das wir reinmodden, wird dann zu Elektro umgewandelt. Coole Sache und damit kann man auch sehr spannende Sachen machen. Ansonsten haben wir haben wir das gleich auch noch für unsere IPS-Mods. Das bedeutet zum Beispiel hier 385% Nahkampfschaden und wandelt allen Basis physischen Schaden zu Schnittschaden um. Das gleiche haben wir auch mit Einschlagschaden hier sehen und da hätten wir jetzt Einschlagschaden und weil mein Schaden nicht mehr umgewandelt wird, hätte ich jetzt Gift Damage drin. Also ihr seht mit den Mods kann man interessante neue Spielweisen ausprobieren. Ansonsten muss man hier nicht so viel dazu sagen. Die Mods wurden umgewandelt, die Apportieren Mods habe ich schon erwähnt und dazu kommt, dass jetzt noch die ganzen Sentinel Waffen überarbeitet wurden. Also werde ich jetzt auch nicht vorlesen, aber ihr seht es direkt schon mal, hier hat sich gut was getan. Also das ist schon sehr spannend und da muss man auch noch ein bisschen rumspielen und ich denke da werden jetzt auch ein paar Waffen dabei sein die deutlich interessanter sind als vorher. Dann gab es noch allgemein ein paar Changes finde ich jetzt nicht so interessant nichts was man groß erwähnen müsste. Was interessant ist ist dass man jetzt nicht mit Steam Auto Login machen kann dass man ein neues Arsenal hat ihr seht es nämlich schon hier sieht anders aus als vorher der Mod Upgrade Screen ist anders und ansonsten finde ich muss man jetzt hier nicht so ins Detail gehen was noch an Changes dabei ist es gibt neue Sister zumindest von der Optik her finde ich auch ganz nett damit werden wir eigentlich schon durch also ich denke dieses Update wird doch schon ordentlich was an der Meta verändern ich hoffe ich konnte euch hier ein paar spannende Sachen zeigen ich hoffe ihr werdet auch noch ein bisschen nachlesen und für euch coole Sachen finden ihr könnt gerne unter das Video noch drunter posten was ihr denkt welche Beasts jetzt am besten sind welche Sentinel Waffen oder allgemein wie ihr die ganzen Reverse findet ich hoffe ich konnte euch hiermit helfen falls ja lasst mir ein Abo und Like da und bis zum nächsten Mal